Hallo, herzlich willkommen hier im Herzen Europas. Ich freue mich, dass Sie sich für unsere Arbeit hier im Europäischen Parlament interessieren. Mein Name ist Jutta Steinrug, ich komme aus Ludwigshafen, das liegt in Rheinland-Pfalz. Mein wichtigstes Anliegen ist es, dass sich unser gemeinsames Europa an den Menschen orientiert und nicht ausschließlich die Interessen der Wirtschaft in den Mittelpunkt des Handelns stellt. Im Ausschuss für Beschäftigung und Soziales setze ich mich als Interessenvertreterin für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein. Es ist gut, dass wir inzwischen einen europäischen Arbeitsmarkt haben, in dem jeder und jede dort arbeiten kann, wo er oder sie möchte. Da gibt es allerdings in der Praxis vieles zu verbessern, um die Arbeitsbedingungen auch wirklich fair zu gestalten. Ich will Investitionen zur Schaffung neuer Arbeitsplätze für alle, einen fairen Arbeitsmarkt ohne Lohn- und Sozialdumping mit klaren Mindeststandards. Mein Ziel ist es, ein Europa, in dem die Menschen gleiche Chancen haben und eine gleiche Behandlung erfahren, zu schaffen. Deswegen kämpfe ich als Sozialdemokratin, als Gewerkschafterin, aber auch als Bürgerin für eine lebenswerte europäische Zukunft.